Einen Augenblick schwiegen wir uns am Telefon an. Mein Vater schwieg, weil er erwartete, dass ich noch etwas dazu sagte, eine Lösung aufzeigte. Und ich schwieg, weil ich keine Lust hatte, das zu tun. Ich konnte nichts daran ändern, dass Jan sich nicht für seine Tochter interessierte und dass es ihn nicht kümmerte, dass sie sich nach ihm sehnte. »Vielleicht solltest du ihn anrufen«, begann er schließlich vorsichtig. Meine Eltern waren todtraurig gewesen, als das mit mir und Jan in die Brüche gegangen war. Aber sie hatten weder versucht, mich von meinem Entschluss abzubringen, noch hatten sie sich bemüht, auf Jan einzuwirken. Ich habe es gestern tatsächlich probiert, aber er war nicht da. Du weißt ja, wie schwer er zu erreichen ist. Auch damals, als wir noch so etwas wie eine Ehe geführt hatten, hatte ich ihn nur sehr umständlich ans Telefon bekommen, weil er immer in irgendeinem Meeting oder bei einem Geschäftstermin war. Es hatte nicht mal was gebracht, ihm eine SMS zu schicken. Was ihm nicht wichtig war, ignorierte er einfach so lange wie möglich. Hm, machte Vater, wie immer, wenn ihm nichts dazu einfiel. Oder besser gesagt, wenn er das, was er dachte, aus Rücksicht auf mich nicht aussprechen wollte. Er war nämlich der Ansicht, dass man sich diesen Jan vorknöpfen und ihm in den Schädel prügeln sollte, dass er für das Kind, das er gezeugt hatte, gefälligst auch da sein sollte. Wenn er so etwas sagte, regte ich mich immer furchtbar auf, auch wenn ich wusste, dass mein Vater niemals handgreiflich werden würde. Naja, aber es gibt auch eine gute Nachricht, fuhr ich fort, denn ich wollte jetzt nicht mehr darüber reden. Und die wäre? Ich hörte meinem Vater deutlich die unterdrückte Wut auf Jan an. Ich habe ein Schiff gefunden, im Hafen von Sassnitz. Sein Name ist Sturmrose. Es ist ein alter Fischkutter, den jemand zu einem Ausflugsschiff umgebaut hat. Ist das zu fassen? Du hast ein Schiff gefunden? Genauso gut hätte er mich fragen können, ob ich tatsächlich Marsmännchen im Vorgarten hatte. Was soll das heißen, du hast ein Schiff gefunden? Hast du nach einem gesucht? Nein, nicht wirklich. Ich habe es gesehen, als ich einen Kunden besucht habe. Ich schaute aus einem Bürofenster und da war es. Stille. Mein Vater war überrascht. Hallo? Papa? Bist du noch da? Natürlich. Allerdings frage ich mich, wie du dazu kommst, dich für ein Schiff zu interessieren. Nun, so wirklich erklären konnte ich das auch nicht. Da war nur mein Traum davon, auf einem Schiff in die Freiheit zu fahren.